Hallo Leute, ich bin's Elias. Ich wollte mich nach langer Facebook-Video-Botschaft-Abstinenz mal wieder persönlich bei euch melden und euch Danke sagen. Vielen, vielen, vielen tausendfachen Dank dafür, dass ihr meine Facebook-Seite gerade so zum Explodieren bringt. Vielen Dank dafür, dass ihr alle so zahlreich ins Kino geht und Fuck Your Good auch weiterempfehlt. Ich hab gelesen, der eine oder andere war schon zum siebten Mal drin. Das ist echt krass. Also ich war auch schon dreimal, insofern müsst ihr euch nicht alleine fühlen, aber das ist echt gerade eine ganz, ganz besondere Zeit für mich und ich freue mich so, so sehr, dass euch der Film gefällt und dass es alles gerade so viel Spaß macht. Ihr seid die Besten. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ah ja, das ist übrigens nicht meine Wohnung hier, das ist ein Hotelzimmer. Nicht, also falls der eine oder andere gleich wieder fragt, ne? Insofern, alles Liebe für euch. Einen schönen Abend. Jetzt fällt mir das Handy fast aus der Hand. Tschüss, euer Elias.